Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Destillationsvideo. Schön, dass du eingeschaltet hast, wenn wir uns heute mit der Herstellung von ätherischen Ölen befassen. Diesmal mit einem Pflanzmaterial, das früher nicht ganz so bekannt war, mittlerweile immer mehr Beliebtheit erfährt, in der Destillation aber vielleicht doch ein paar Überraschungen bietet und auch ein paar neue Erkenntnisse. Es handelt sich hierbei um Zitronengras. Ich habe es hier in getrockneter und geschnittener Form vorliegen. Frisch konnte ich momentan leider nicht an die erforderlichen Mengen kommen, deswegen eben die getrocknete Variante. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich denke, dass frisches Zitronengras hier ein besseres Ergebnis liefern würde, aber das haben ja schon andere Pflanzen gezeigt, dass auch die getrockneten Materialien durchaus eine brauchbare Ausbeute an ätherischen Ölen ermöglicht haben. Wir werden im Laufe der Destillation einfach sehen, wie sich das Ganze verhält und was wir dann am Ende zu sehen bekommen. Ich selbst habe noch nie Zitronengras destilliert, weder in frischer noch in getrockneter Form. Deswegen ist das heute auch für mich eine Premiere und ich bin schon gespannt, was wir dann im Ölabscheider sehen werden. Falls kein ätherisches Öl entsteht, haben wir dann zumindest ein zitroniges Hydrolat, das wir ja auch gut benutzen können. Weil es letztens in den Kommentaren einmal aufkam, möchte ich noch kurz ein anderes Thema ansprechen. Das Wasser im Kessel. Ich benutze Leitungswasser. Es stand aber zur Diskussion, dass das wegen dem Kalkgehalt vielleicht schlecht für die Destille wäre. Ich habe sehr weiches Leitungswasser, der Kalkgehalt ist überschaubar und ich habe in all den Jahren, die ich jetzt destilliere, und das sind dann doch schon relativ viele, noch kein Problem feststellen können. Werfen wir mal schnell einen Blick in den Kessel, dann zeige ich euch, wie der nach einigen Jahren an Leitungswasserbenutzung aussieht. Wenn wir jetzt einmal einen Blick in den Kessel werfen, könnt ihr feststellen, dass hier keine großartigen Kalkschäden vorhanden sind. Hier leichte Ablagerungen, aber das ist jetzt nichts, wo ich mir wirklich Sorgen und Gedanken machen müsste. Auch am Boden des Kessels haben wir Ablagerungen von, ich nehme einmal an, es ist angebrannter Staub des Pflanzenmaterials, das durch die Kolonne gerieselt ist. Aber auch hier eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe damals in dem Kommentar schon geantwortet, dass ich nicht weiß, wo solche Gerüchte herkommen, dass Kalk für die Destille schädlich wäre. Ja, es kann Ablagerungen geben, aber die kann man genauso einfach beseitigen, wie zum Beispiel in einem Wasserkocher, indem man einfach in den Kessel etwas Zitronensäure einfüllt, ihn damit auswäscht und damit wird auch das Kupfer dann gleich wieder aktiviert. Der Kalk löst sich und es sollte aussehen wie neu. Ich werde jetzt einmal alles für die Destillation vorbereiten, den Kessel mit Leitungswasser füllen, die Kolonne befüllen und während die Destillation läuft, gibt es für euch wie üblich ein paar Detailaufnahmen. Die Destillation ist abgeschlossen. Ich habe wieder 500 Milliliter Hydrolat aufgefangen. Im Ölabscheider zeigt sich eine sehr dünne Schicht an ätherischem Öl, verunreinigt durch aufgewirbelte Pflanzenbestandteile, staubförmige Partikel, die einfach bei der Destillation mit durch den Kühler gelangen. Aus der Nähe betrachtet können wir die Schicht sehr gut erkennen. Es ist eine relativ geringe Menge an ätherischem Öl, gemessen an den etwa 100 Gramm Pflanzmaterial, die hier zum Einsatz kamen. Eine mäßige Ausbeute. Vielleicht ist das Ganze bei frischem Zitronengras interessanter und mengenmäßig auch größer. Ich werde versuchen, noch an eine entsprechende Portion an frischem Zitronengras zu gelangen und die dann auch in einer Destillation zu verarbeiten. Es wäre wirklich interessant, ob hier durch die Trocknung der Gehalte an ätherischen Ölen gesunken ist oder ob Zitronengras an sich schon sehr wenige ätherische Öle beinhaltet. Das Hydrolat selbst duftet schön zitronig, leicht süßlich. Ich gehe davon aus, dass es sich im Sommer beispielsweise gut in einem Salatdressing machen könnte und deswegen wird es bei mir auch in der Küche zum Einsatz kommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Destillation und seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder um ein anderes Pflanzmaterial gehen wird. Was genau auf dem Plan steht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Je nachdem, was mir so in die Finger kommt und interessant genug aussieht, um damit ein Experiment zu wagen. Bleibt für heute nur noch, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.